See Lords und See Ladies, heute mal ein kurzes Video zum Old Pascas Barbados White Rum. Den findet ihr meistens im Supermarkt zu einem recht moderaten Preis und laut dem Importeur ist das eine Premium Marke aus Barbados. Das ist ein außerordentlich mildes Destillat. In diese Flasche wurde das Aroma des Zuckerrohres quasi hineingepresst. Also, der ist so weiß, weil er nicht in Eichenholzfässern gelagert wird, sondern in Stahl- oder Alufässern, meistens auch nur kurz, so bummelig, für ein Jahr, damit er jung und dabei frisch bleibt. Vom Geschmack her und vom Duft ist es ziemlich neutral. Könnte auch ein Korn sein, würden wir hier in Norddeutschland sagen. Ist aber eine hervorragende Basis für ein Cuba Libre oder ein Mojito. Wenn ihr mehr über seine Brüder wissen wollt aus Barbados und Jamaika, klickt in meine Videos.